So, meine Freunde, ich bin gespannt, wie der Patch ist und wie die erste Zeit wieder läuft. Es wird einfach wieder legendär. Uh yeah. Oder auch nicht. Schauen wir mal, wie wir auf die Mützen bekommen. Ich habe auf jeden Fall Bock, meine Freunde. Ich hoffe, ihr auch. Wir legen los. Ab geht's. Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und ja, der Patch ist nun gut eine Woche alt und wir haben bestimmt schon alle ein paar Stunden und ein paar Raids in Tarkov wieder verbracht. Und wie diese erste Woche, diese ersten Raids so wirklich laufen, habe ich euch jetzt mal hier zusammengefasst. Weil das, was ich auf YouTube sehe, läuft dann doch irgendwie zu gut ab. Damit möchte ich an dieser Stelle einfach nur mal zeigen, wie Tarkov eigentlich am Anfang wirklich abläuft. So gerade nach dem Vibe. Und ich denke, ich werde damit auch den ein oder anderen abholen, dem es nicht anders geht, der die YouTube-Videos, die bei manch anderem laufen, vielleicht etwas surreal findet. Hier einmal die Clips, wie es halt wirklich ist. Natürlich zeigt man lieber die schönen Dinge. Aber so sieht es denn doch aus, wenn man sagt, die nackte Wahrheit ist das. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Clips, meine Freunde. Schaut auch gerne auf Twitch im Livestream vorbei. Würde mich freuen. Ansonsten ab ins Video. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ich bin tot. Ich bin tot. Ach, Mann. Scheiße, ich bin wieder tot. Ah, fuck. Yo. Ja, er hat auf mich geschossen. Ja, Richtung Schienen, Alter. Das ist hinter den Blauen. Das ist hinter den Blauen. Er pusht dich. Ich bin tot. Er hat dich gepusht. Ich habe ihn noch nicht mal schießen hören. Schrotzen, direkt einen Headshot gekriegt. War ich das nicht? Ja, das warst du. Warum sagst denn du nicht, dass du rausguckst, du Affe? Ja, ich guck doch hier hin und du kommst da raus. Bist du blöd? Ich habe keinen Bock mehr. Ja, ich bin gerade stehe ich still. Ja, ich sehe ihn. Ich bin los davon. Ja, ich bin gerade stehe ich still. Ja, ich sehe ihn. Ich bin los davon. Das ist auch so komisch, dass sie sich jetzt auch so anders bewegen. Ist er auf dem Hügel? Linke Seite war er. Auf dem Hügel? Ja, auf dem kleinen Hügelchen hier. Da links war er. Ja. Ja, 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 ja. Gut. Ja, ich muss kurz auch ein bisschen heile, heile machen. Ja, ja, wohnen, wohnen. Vor der Wand läuft gerade ins Gap. Ja, ja, bitte. Ja, ich bin bei dir. Kannst du ihn? Ja. Genau, ich sehe ihn nicht, aber er kann auf mich schießen. Ich weiß bloß nicht, ob das jetzt gerade der war, den ich eben gesehen hatte, oder? Ich weiß bloß nicht, ob das jetzt gerade der war, den ich eben gesehen hatte, oder? Das ist ein Spieler gewesen. Er hat jetzt seine Waffe schnell weggeschmissen. Echt? Ja. Glaub ich. Oder der Skepp, der gerade hier war, der hat die... Ja, wahrscheinlich. Ich müsste eine, äh, Mose dann dabei haben. Aber 36 in nicht mal einer Woche? Der hat ja, weiß ich nicht, der hat sich ja alles reingeschmissen und dann gesagt, eine Woche schlafe ich nie. Oh, brauchst du ein Grizzly? Hier liegen zwei Stück. Ja, in dem Regal da. Genau. Oh, ein Saliva. Ja. So, gerade kurz gelaufen. Und auf der anderen Seite hier vom Zaun läuft auch noch was. Schön, den hast du. Hier, da wo eben war, ist auch gerade noch was gelaufen. Ja, genau, dabei, dabei, dabei. Oh, das Visier ist scheiße, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja, ich bin jetzt auch nicht so... Ja, da kommt was. Da kommt was. Da kommt was. Ja, da kommt was. Ja, hier war noch ein Scaf. Der Spiel ist immer noch da. Schön. Ja, hier ist noch ein Scaf gewesen, Vorsicht. Ich hab keine Munition mehr drin. Ja, okay. Ja, gut, der Scaf, der verblutet hier gerade. Alles gut. Stack nach. Stack nach. Fuck. Oh ja. Oh ja. Komm mal her. Hm, die hatten Bock. Was hat er denn für nen Helm auf? Oh, der ist nackig. Lass uns gleich da unten spawnen. Treppe hoch, ablegen, fernig. Hm. Äh, ne. Äh, ne. Ach, ne Schatze. Blöd. Wollste nur hin? Runter. Au. Au, 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 au. Beine, Beine weg, Alter. Die kommen. Kannst du mal nach da gucken, dass ich meine Beine holen kann? Spiele hoch. Spiele hoch. Auf resting. Ja. Oder zwar, ne. ich hab ihn ich muss mich erst mal verbinden wo bist du? bist du wieder zurückgelaufen? nein, hier in den Sonny-Dings rein hinter uns ist noch was da oben wo ist er? oben hier oben, da hier kommt was sind Skav hier ja ich wurde schon wieder eingeschossen ich muss jetzt hier hinter ich muss mich dingsen ich muss ihn nachladen ich hab hier nix mehr ich komm vorne ich komm vorne ja, jetzt kriegen wir einen Gem alter einer ist grad gestorben ja, ich muss mir Schmerzmittel werfen damit ich laufen kann weil? ja, weil ich ein Bein weg ich mach schon ach so, kannst du wir müssen hier weg ich hab hier hier kann ich auch das ist kein Typ ist das wie das ist das ist Der rennt die ganze Zeit oben rum, also... Warte mal, der kommt glaube ich. Schön. Hast ihn? Nein. Da kommt noch was von rechts. Harbin. Holy fuck, Alter. Was hat der denn eigentlich da mit dir? Nur kurz hier hinten. Äh, Jungs, muss ich mich eben wiederholen. Oh mein Gott, ey. Weißt du, der da schräg immer noch? Ne, bitte ich gerade durchgedrückt. Ah, okay. Da kann ich rennen, ey. Da kann ich rennen, ey. Die Skepsen haben wir denn jetzt hier weggemeldet dort, Junge. Da ist das quasi nicht. Ein paar werden bei Rumi gekommen sein, wo die sagen. Ich hab ein Spieler und drei Skepsen. Also... Ich hab 4000 xp, ich hab ein Spieler. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gäbs. Schau. Es steht elegant, ja du schägel conspiratier. In dem 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 dem, am liefen, na.